Vor, vor, vor! Das ist ein Gruppirat! Das ist ein Gruppirat! Das ist ein Gruppirat! Das ist ein Gruppirat! Der letzte Ruck am Markt! Wir hatten das noch im Bezähl im Klanggarten. Das hat ein Kind, das ist ein Altar, und man hat größt. Oh! Oh! Aber du hoffst halt, dass sie keine Lust haben oder sowas, ne? Oh! Oh! Wo trifft ihr die noch? Na ja, warum? Kette, das hast du hoffentlich nicht, Frau! Halt's Maul, Alter! Alter, wacht dich mal! Halt die Moaga hier! Geh woanders tanzen, mal! Das war nicht meine Zellen! Geh in der Tee! Jeden Torschuss möchte ich im Ticker, ey! Ja, der ist vom leichter Weg gestragen, ist angeblich! Achso! Jawoll! Jawoll! Hammer! Alter! Wollst du wieder an? Wollst du wieder anziehen, Mann? Wollst du wieder anziehen, Mann? Boah, Mann! Woll! 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 Neukunden werden! Na und? Verdienstkult! Wollt ich doch sagen, solange sie dir was auf dem Tisch bleibt! Ja, müsstest ja auch ein bisschen! Woll! 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 So, der Hölk hat aber gleich gesagt, nee, er war doch kein Hamburger, er war chicken! Woll! Ich bin zugegangen, stark. Genau da! Kannst du jetzt anfangen, wenn du merkst, kannst du ja auch. Und wenn die denn schon, wenn du merkst, kann man auch anstürkwünschen. Weil du kannst hier bei 5.0 einnehmen. Ja, das ist ja auch. Mach das wahr, Junge! So gar nicht, genau gar nicht. Ja, holen wir! Umso später denn noch, wie geht es anders. Legst du denn nicht mal? 8 zu 1! Ja! Ja, ja! Komm weiter! Ja! Weiter! Schieß! 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 Kommt, Junge! Weiter! Kommt! Zappen! Kommt! 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 Ja! Kommt! Zieh ab, Junge! Strafrei in der Teil! Oh! Oh! Ja! Ja! Ich bin da! Ich bin da nicht!" Kommt! Sie haben noch keine Eintragung gefunden! Aufgedacht! Aufgedacht! Komm jetzt! Aufmarsch! Warum ist der Block eigentlich so leer, alle nach Hause gegangen hier? Bisschen nicht das Pokal ist, oder? Sieht genauso aus wie das Ding, was Hansa mal hatte. Ein bisschen die Folie abgepoolt. Ja, du musst ja hier wirklich nicht. Das ist doch nicht dein Ernst! Ist das Frau oder Frau? Schiri, es muss doch gepfiffen werden, Mensch! Der Schiedsrichter, das klingt nicht, Mann! Alle wieder hoch, komm! Der Schiedsrichter, der Schiedsrichter hat sich nicht mehr geblieben. Er hat das am Gefühl gemacht. Ja, das ist doch... Ja, das ist doch... Ja, das ist doch... Hey! Was? Das ist doch... Das gibt ja Ecke! Ja, das ist doch... Ich bin ganz klar. Ich bin ganz klar. Ein, drei Stunden! Hey! Ja, ich bin ganz klar. Jede ist da! Ich bin ganz klar. Geben die Karte! Boi! Die Karte! Mann! 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 Nein! Alles oder nix war er jetzt. Nö! Na ja, aber in der ersten Halbzeit waren sie schon. Hast du einen Basketballkopf gesehen? Ein Dunking hätte er noch geschafft. Einfach unten dran am Ring. Karl, jetzt weiß ich nicht, Klein-Luko oder so ein Scheiß. Aber dieses ganze Getanze ist so... Klein-Luko? Jetzt holt er doch weg! Jetzt holt er doch weg! Ja, dann war das ja noch wichtiger, dass er dabei scheutet. Warte, warte! Oh, mein Geräuschen war das. Oh, mein Geräuschen war das. Oh, mein Geräuschen war das. Das sind doch die hohen Marken. Ich kann die Ernährung mal sagen. Das sind doch die hohen Marken. Das waren die Diener noch. Dankeschön.